Seid ihr herzlich willkommen bei diesem Vollmond-Orakel. Diese Karte zeigt auch die jetzige aktuelle Energie. Welche Themen handelt sich gerade? Wir brauchen klare Ziele, Orientierung, aber auch Ausdauer und Geduld. Und wichtig ist, dass wir etwas nicht aufgeben. Auf dem heutigen Vollmond wirkt Saturn. Und Saturn ist der Planet der Schicksal. Wenn Saturn eine Wirkung hat auf unserem Leben, dann passieren Veränderungen, schicksalhafte Entscheidungen, schicksalhafte Begegnungen, schicksalhafte Veränderungen. Saturn hütet auch den Karma. Deswegen ist dieser Orakel für eine karmische Liebe. Und wie geht es weiter in die Liebe Partnerschaft? Das schauen wir auch an. Diese Karte zeigt dein Gegenwart. Und das bedeutet, es geht alles voran. Du zeigst hier Kraft und Mut und Begeisterung, weil diese Karte verkörpert die Feuerelement. Kann natürlich sein, dass jemand entgegenkommt mit voller Leidenschaft. Und jetzt schauen wir an deinen Seelenpartner, sein Gegenwart. Er beschäftigt sich mit Finanzen oder mit seiner Arbeit. Er wartet auf etwas. Vielleicht sogar unzufrieden mit sich selbst. Wenn wir diese Münzen hier anschauen. Das sind Werten, auch inneren Werten. Und das gehört zum Anderen. Und er macht einen Fehler. Er vergleicht sich mit Anderen. Und er denkt vielleicht, alle anderen bekommen alles, denen gelingt auch alles und bei mir gar nichts. Es geht nichts voran. Aber er hat hier eine Lernaufgabe. Und Saturn wirkt gerade. Und Saturn ist auch der große Lehrmeister. Also bei Saturn Einfluss haben wir auch diese Aufgabe. Was er tun sollte, hier diese Münze entdecken und aufheben. Und das symbolisiert seinen Werten. Auch die inneren Werte natürlich auch. Wenn dieses Bewusstsein hat, dann geht auch alles voran. Und jetzt schauen wir an, was ist dein Plan, deinen Gedanken. Hier die Zahl 2 bedeutet die Zweisamkeit. Du und er. Und die Münzen die Stabilität. Weil das steht in Verbindung zum Erde-Element. Und das ist die Bodenständigkeit, die Sicherheit, die Stabilität. Und du möchtest auch erleben, dass endlich diese Liebe Früchte trägt. Aber die Münzen zeigen auch die Finanzen. Und das muss ausgleichen, ausbalancieren. Diese Karte hat auch einen Bezug zum Beruf, Berufung. Das kann sogar sein, dass du zwei Angebote hast, muss Entscheidungen treffen. Und die Zahl 2 zeigt schon einen Vertrag, einen Arbeitsvertrag. Aber die Münzen symbolisieren auch die inneren Werte auch. Und du kommst in Harmonie. Und nicht nur, was dich betrifft, sondern auch, was ihm betrifft. Du weißt, dass er wertvoll ist. Er hat auch die Talenten und Fähigkeiten. Nur er selbst weiß das nicht. Er zweifelt an sich selbst. Und seine Pläne, seinen Gedanken, das sind die Schätze. Und diese goldenen Talen bedeuten natürlich auch die Finanzen. Und indirekt die beruflichen Situationen. Kann auch sein, dass in seiner Umgebung ist noch eine Frau und will von ihm Geld. Aber die Karten haben symbolische Bedeutung. Und kann diese Karte zeigen, dass du bist für ihn wertvoll. Weil, diese Münzen zeigen, auch die inneren Werte. Und wie geht das weiter? Wie sollst du damit umgehen? Und was wird er tun? Auf diesem Bild sehen wir, du bist hier die Königin. Und du beherrschst die Luft-Element. Und das symbolisiert die Leichtigkeit und die Kommunikation. Was du tun kannst, in Leichtigkeit kommen und mit ihm sprechen. Vielleicht das betonen, wie wertvoll er ist für dich oder diese Liebe. Was er tun wird, überreicht den Kälchen. Und das heißt, er öffnet sich und zeigt seinen Gefühlen. Die Zahl 4 bedeutet sein Grundbedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, in die Liebe, Partnerschaft. Weil bei den Kälchen handelt es sich um die Gefühlen. Also das kannst du von ihm erwarten. Und wenn wir schon bei Gefühlen sind, betrachten wir erstmal deine Gefühlen. Auf diesem Bild sehen wir Amor und dieses Liebespaar. Das heißt, du liebst ihn, er liebt dich auch. Ihr gehört zusammen. Das ist eine karmische Liebe. Und das ist der Hinweis im heutigen Vollmond mit diesem Saturn-Einfluss. Weil Saturn hütet den Karma. Und seinen Gefühlen. Dieser Bild zeigt die Kälchen. Und bei Kälchen handelt es sich immer um die Gefühlen. Aber hier müßt sich auch jemand ein. Es ist nicht gut. Und er hat Angst. Vielleicht Angst vor Streitigkeiten oder Verlustangst. Und wie geht es weiter zwischen euch beiden? Das sind deine Karten. Und das bedeutet, hier kommt etwas in Bewegung. Oder kannst du damit rechnen, dass er etwas in Bewegung setzt. Und dieses Haus zeigt die Sicherheit, Stabilität, vielleicht ein gemeinsames Zuhause. Außerdem symbolisiert dein Zuhause oder dein Elternhaus, die Verwandten, die Nachbarn. Ich würde sagen, deine Vertrauten, Umgebung. Und hier kommt Veränderung, kommt einiges in Bewegung in die nächste Zeit. Diese Karten, die Routen zeigen, er hat Streit mit jemandem. Und ich vermute, er bekommt zu wenig Anerkennung. Das zeigt hier dieses Bild. Oder jemand versucht, ihn finanziell auszutzen. Das zeigt dieses Bild. Und er hat Angst und Streitigkeiten. Aber dieses Bild zeigt die Veränderungen. Er bringt das in Ordnung, ändert sich etwas. Kommt entgegen, spricht von einem gemeinsamen Zuhause. Oder hilft bei dir zu Hause. Hier ist dieser Liebesball, diese karmische Liebe zwischen euch beiden. Hier auch die Zweisamkeit. Wichtig sind die Gespräche und dass er sich öffnet. Und genau das kommt jetzt in Bewegung. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Alles Gute und alles Liebe. Ich wünsche euch bin. Alles Gute. Tschüss. mates. Vielen Dank.